Einen wunderschönen guten Abend an einem fantastischen Samstag. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Case und Kaffee. Heute geht es rein in eine Fälschen Case. Ein Fest, meine Freunde. Aquamarine Revenge. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Es gibt ein paar Skins, da war sie. War sie das? Da war ein Red auf jeden Fall. Erneut ein Bait und wir landen schon wieder bei einem Blau. UMP Riot. Und meine Freunde, die sieht ziemlich gebumst aus. Was haben wir hier? Battlescard. Jawollo. Passend zum heutigen Tag. Wir gehen mal rein. Da sind wir, meine Freunde, auf Overpass. Der heutige Pull spiegelt sehr gut die heutige Entwicklung wieder. Das, was heute rauskam. Jedenfalls in meine Wahrnehmung. Wir haben eine Situation, eine Problematik vielleicht sogar schon in CS2. Worüber ich mir bisher nicht so viele Gedanken drum gemacht habe. Und ich jetzt feststellen muss, dass die Tragödie, die wir in CS2 kennengelernt haben, Quatsch, die wir in CSGO kennengelernt haben, in CS2 weitergehen wird. CS2 hat das Subtick-System etabliert. Etwas, was aus einem 64-Tick-Server etwas besseres als ein 128-Tick-Server machen soll. In der Theorie ziemlich geil. Das war ja einer der Kritikpunkte, die wir lange Zeit in CSGO hatten. Dass es Drittanbieter wie Faceit, wie damals ESEA schaffen, 128-Tick-Server anzubieten. Währenddessen wir im CSGO-Matchmaking auf 64-Tick rumhocken und uns mit denen anfreunden müssen. Die Hoffnung war mit CS2, dass wir endlich, nach Jahren der Bettelei, 128-Tick-Server bekommen. Erhört wurden wir nicht direkt, stattdessen haben wir bekommen Subtick. Etwas, was das Tick-System prinzipiell etwas aushebeln sollte. Und damit waren wir erstmal, zumindest ich, besänftigt. Ja, es wird was getan, es wurden nicht alle Server geupdatet, nicht geupgradet. Ja, okay, aber dafür bessere Software für die Server. Das heißt, wenn es am Ende des Tages ja besser sein soll als 128-Tick, ist es für mich vollkommen fein. Jetzt ist heute im CSGO, im Global Offensive Subreddit, nach einigem Testing von Faceit ein Beitrag gepostet worden, der das Testing auf Faceit von CS2 so ein bisschen in Perspektive bringt. Und nach wie vor haben wir die Problematik, und da endet nun der Aufbau im Höhepunkt, Faceit bietet immer noch bessere Server als CS2. Alter, was ne Scheiße. Ich bin ganz ehrlich, Freunde, das pisst mich richtig an. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir mit CS2, mit dem Premiere Mode, mit den Leaderboards, mit der Idee, die Brücke zu schlagen, zwischen Amateur und Pro, dass die gesamte Counter-Strike Community, dass wir alle das gleiche Spiel spielen. Alter Leute, das fand ich ziemlich geil. Fuck, war das geil. Die Idee davon, alle Spieler auf einer Plattform zu haben, nicht mehr getrennt, nicht mehr separiert, keine Lager mehr, einfach, dass alle das gleiche Spiel spielen, sowohl Amateure, sowohl Casuals, als auch die Hardcore oder die Pros, alle unter einem Dach. Wie geil wär das bitte? Dieser Traum, dieser Wunsch, wurde heute ziemlich doll mit einem Baseballschläger verprügelt. Faceit wird nach wie vor den besseren Service, was Server Performance angeht, anbieten. Und somit bleiben wir bei der Spaltung von Counter-Strike. Es ist wirklich unfassbar lästig. Die Problematik, beziehungsweise die Situation, allgemein betrachtet. Sub-Tick ist integriert in CS2. CS2 läuft nach wie vor auf den alten CSGO-Servern, die 64 Hertz haben. Dieses System läuft besser als CSGO auf 128 Tick. Prinzipiell gesprochen, ich weiß, ich weiß. Wir haben viele Komplikationen und Probleme, was die Performance von CS2 angeht. Nach wie vor ist eine Beta. Außerdem, die letzten Patches, die alle reinkamen, haben, so wie ich gelesen habe, bei vielen Spielern die Performance mindestens verbessert, wenn nicht hin zu beinahe, ich hätte fast perfektioniert gesagt, nee, das sage ich nicht, aber verbessert. Ich glaube auf eine verbesserte Performance als noch vor einer Woche. Ich glaube, damit können wir uns alle anfreunden, das können wir alle so unterschreiben. Es läuft besser. Noch nicht reibungslos und garantiert noch mit Problemen, aber innerhalb einer Woche schon mal besser. Das ist cool. Dieses CS2 läuft jedenfalls theoretisch besser als CSGO auf 64 Hertz-Servern. Subtick ist in CS2 implementiert, so wie ich das verstanden habe. Wenden wir jetzt CS2 auf 128 Tick-Server an, wie das nun mal Faceit macht, haben wir auf einmal Subtick auf 128 Tick-Servern. Das heißt, der Vergleich, den wir jetzt haben, ist nicht mehr Subtick 64 gegen kein Subtick 64, geschweige denn kein Subtick 128, sondern Subtick 64 gegen Subtick 128. Und ich glaube, man muss kein Mathematiker sein, kein Informatiker, um zu verstehen, dass wenn das Subtick-System auf 64 Hertz schon in Anführungszeichen besser funktioniert, wird es das auf 128 Hertz ebenfalls tun. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Freunde. Faceit bleibt bestehen. Und jetzt gibt es wahrscheinlich unter euch einige Leute, die Faceit ziemlich feiern. Und es ist euer gutes Recht. Genauso wie es mein Recht ist zu sagen, scheiß auf Faceit. Ich habe wirklich keinen Bock, ein Spiel aufzuteilen auf den eigenen Service und auch noch auf einen Drittanbieter. Ich habe darauf einfach keinen Bock. Ich finde die Idee, alles unter einem Dach zu haben, unfassbar geil. Und dass wir heute, dass ich heute, muss ich ja sagen, die Erkenntnis gewonnen habe, dass das in CS2 trotzdem nicht der Fall sein wird, muss ich sagen, pisst mich ziemlich an. Dementsprechend heute eher ein Rant als eine Gute-Nacht-Geschichte. Und es ist einfach schade, wie dieses millionenschwere Unternehmen nicht Kohle in die Hand nimmt, um Server zu upgraden. Du musst hier nicht mal alle Server upgraden. Nimm die Spielerzahl von Faceit und etabliere in dem Premiere-Mode, den wir jetzt hier haben. Einfach ab einem Punkt, ab einem gewissen Ranking, spielst du auf 128-Tick-Servern. Und wenn du auf 128-Tick-Spielen willst, musst du halt eben besser werden. Alternativ Paywall. Geht ja auch. Leute bezahlen jetzt schon für Faceit, können sie genauso gut im CS2 machen. Zwei Ansätze, die meiner Meinung nach mindestens funktionieren würden. Und dennoch muss ich erneut zugucken, wie ein CSGO-Kapitel, Quatsch, wie ein Counter-Strike-Kapitel startet, mit einem fucking Drittanbieter. Und ich habe einfach keinen Bock, meine Freunde. Ich sehe, ich sehe keinen Grund, warum es ein Unternehmen wie Faceit für Counter-Strike geben sollte. Faceit macht das fantastisch. Bessere Anti-Cheat, bessere Server. Ranking-System von Faceit Level 1 bis 10, fantastisch. Daumen hoch, gute Arbeit. Will ich gar nichts gegen sagen. Ich möchte aber gar nicht in einer Welt leben, wo das nötig ist. Und wir hatten jetzt mit CS2 eben gute Schritte eingeleitet, dass wir zu diesem Punkt kommen. Dass CS2 autark funktioniert. Unabhängig von Drittanbietern, unabhängig von Unternehmen und Leuten, die sagen, wir können es besser machen, weil es nun mal nicht geht. Und es scheint, nachdem ich ja mit mir habe reden lassen, wegen Performance, wegen Bugs, wegen all dem Kram, der aufgetaucht ist. Und ich optimistisch daran gegangen bin, zu sagen, Leute, gebt den Entwicklern Zeit. Das ist eine Beta. Limited Test. Das Game ist noch nicht mal draußen. Gebt dem Zeit zum Fixen, zum Arbeiten. Und dann werden wir am Ende ein gutes Ding haben, woran wir alle Spaß haben werden. Und jetzt muss ich zugucken, wie das doch ein bisschen im Pessimismus ausartet, weil wir nun mal, und wirklich, jetzt kommt der Hass ein bisschen raus, einfach weiterhin herfacet haben werden. Und ich mag es nicht. Ich finde es unfassbar lächerlich. So. Ein Deathmatch. Komplett durchgelabert, meine Freunde. Mehr muss es auch nicht sein. Ich möchte hier auch nicht komplett alles klare Wasser trüben. Ganz im Gegenteil. Wir sind positiv gestimmt. Nicht wahr? Dass CS2 toll wird. Ich habe einfach nur keinen Bock, weiter in Face-It-Mashes zu schauen. Ich bin ehrlich. Na gut, meine Freunde. Wie retten wir uns hier jetzt raus? Wie holen wir uns hier raus? Kurz irgendwie die Kurve kriegen. Geht mir mal kurz einen Moment. Was bleibt denn das Gute? Naja, für die Menschen... Ne, ich kann mir das nicht schönreden. Ich finde es scheiße. Punkt Ende aus. Will ich gar nicht, will ich gar nicht probieren. Dennoch, meine Freunde. Ist heute Wochenende. Wir nähern uns dem CS2 Release. Das ist was Tolles. Ganz bestimmt. Jetzt sind die Zweifel da. Jetzt sind die Zweifel da, meine Freunde. Es ist für mich, ehrlich gesagt, ein trauriger Tag. Auf dem Weg zum Release von CS2. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich möchte hier Dinge nicht schwarzmalen. Nachdem ich mich mehrere Wochen drüber aufgeregt habe, dass Leute alles schwarzmalen. Aber der Aspekt, wirklich, der pisst mich richtig an. Wir werden zuschauen müssen. Haben keine großartig andere Wahl. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Natürlich, meine Freunde. Selbstverständlich. Und wir hören uns morgen wieder. In alter Frische. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.